Er konnte sich in dem Film Hermines Liste noch nicht mal richtig artikulieren. Das heißt, er konnte gar nicht richtig sprechen. Der spricht jetzt hier ein so schönes Deutsch, das hat er nur durch mich gelernt. Der konnte gar nicht vernünftige Sätze nichts sagen. Die haben ihm überhaupt nichts beigebracht. Er hatte also praktisch enorme Sprachstörungen. Die hat er hier jetzt also richtig im Griff. Und das hat er auch gemacht. Das hat er mir zu verdanken, weil ich spreche nur Hochdeutsch. Ich durfte auch nur Hochdeutsch sprechen und hatte insofern auch eine bessere Bildung gehabt. Eine technische Schule und eine Handelsschule. Da hat man natürlich nur Hochdeutsch gesprochen. Das übernimmt er von mir. Und wenn er mal ein Wort nicht versteht, wie artikulieren, dann erkläre ich ihm das zum Beispiel. Sich aussprechen und so weiter. Das lernt er dann alles. Oder so Begriffe. Fragte er mich im Fernsehen, was sind das für komische Hüte? Da habe ich gesagt, das sind die Hüte von den jüdischen Mitbürgern, die an der Klagemauer beten. Und die haben halt so einen Trachtenanzug mit einem sehr schwarzen Hut. Man nennt diese die orthodoxen Juden. Und dann kam das irgendwann mal eine Woche später wieder im Fernsehen. Da sagte er, ach, das sind die orthodoxen Juden. In der Klinik kam nicht daran zu denken gewesen, was ein orthodoxer Jude ist. Also der lernt bei mir unwahrscheinlich viel. Da ruht sich viel nach. Sodass also der Psychologe, den ich da kenne, gesagt hat, der Intelligenzquotient hat sich erheblich verbessert. Weil er gefördert wird. Ja, guckst du mal im zweiten Mal. Jeden Sonntag. Mit Ausscharten. Ja, Ausgrabungen zum Beispiel. Gucken wir immer gerne. Wenn man das Vorstandthema hat, der 40 Jahre in der Anstalt war, interessiert sich für Archäologie. Genau wie ich auch. Oder für Landschafts- und Gartenbau. Ja, Zoosendungen gucken wir hier. Ich gucke, dass der immer möglichst nur diese normalen kulturellen Sachen, nicht diese absoluten Schießereien guckt. Und das macht ihm Freude. Und wenn er ja normalerweise, wenn er jetzt nicht hier wird, würden wir jetzt auch wieder Archäologie gucken. Das ist ein Phönix und ein Zweiten. Das interessiert ihn so sehr. Das hat man früher gerne, wenn man das früher erkannt hätte, hätte man ihn doch auch irgendwie in dem Bereich fördern können. Ja, klar. Haben wir aber nicht. Haben die aber nicht gemacht. Ja, vor allen Dingen auch die Tierliebe da. Ja, haben wir. Ja, es gibt ja auch Arbeitstherapien. Wir haben heute noch im Verein drüber gesprochen, irgendwie auf einem Gut hier in der Nähe. Sie arbeiten da auf dem Bauernhof. Ja. Ich denke mal, das wäre für ihn auch interessant gewesen. Da hat er die Schnauze voll. Wenn er mich jetzt nicht so lieben würde, dann hätte er die Schnauze voll vom Bauernhof. Das kann ich Ihnen aber sagen. Er würde jeden Bauern verfluchen. Und zwar hat die Klinik ihn tatsächlich, weil er die Tierliebe auch, weil die das wohl gemerkt haben, ihn eben bei den Bauern hingeschickt. Was hat der Bauer gemacht? Der hat im Schweinestall ein Abteil gemacht mit einer Matratze und ein bisschen Stroh und hat ihn im Schweinestall pennen lassen. Da war eine notdürftige Dusche und ein Plumpsklo. Und hat ihn dann von morgens um fünf bis abends. Bis nach elf. Nach elf arbeiten lassen. Misten, schuften und so weiter. Kühe sauber machen. Und ihm dann ein Fraß aus den Konserveln hingestellt. Ja. Und das ist natürlich Ausnutzung. Das ist aber in der Klinik Fürsen bei anderen Leuten auch passiert. Der war zum Beispiel eine Frau, die hat den ganzen Tag nur in einem Restaurant gespült. Ja, und der hat beharrt. Warum? Und das war ja faktisch unbezahlt. Ja. Und da hat er natürlich von Tierliebe nichts mehr empfinden können. Wenn er dann nur als billigste Arbeitskraft genutzt wurde. Und dann von morgens um fünf, sechs Uhr bis abends da bis manchmal 23 Uhr. Und dann in so einem umgebauten Schweinestall. Das war dann der angebliche Familienanschluss. Und da hat er dann irgendwann mal gesagt, was hast du gemacht? Du hast gesagt, ich will da nicht mehr oder was? Ja. Und dann haben sie ihn in die Klinik wieder zurückgeholt. Ja, na super. Ja, die arbeiten auch so. Und das ist der Motto, Arbeit macht frei. Nicht klar. Richtig, das ist also wirklich schlimm. Das war zu der Zeit, also offensichtlich in der Klinik da Gang und Gebe, dass die Leute dann irgendwo vermittelt wurden. Mal in einem Restaurant, da waren den ganzen Tag nur Teller gespült und sowas, ja. Oder wie hier da, äh, Lünstarbeiterjobs, was normalerweise ein Knecht macht. Ohne jeglichen Bezug zu den Tieren oder sonst was. Da wurde dann gemistet. Dann hat er die Milchkannen weggetragen. Da hat er irgendwie auf den Hof gekehrt. Also unsinnige Sachen, wo er also effektiv nichts von hatte. Und dann noch eben so ein Fraß gekriegt und dann Menschen unwürdig da untergebracht mit einer notdürftig selbstgebauten Dusche. Und lieblos. Familie, dann schluss, Liebe oder so, Zuneigung. Nix, 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 nix. Man war ja als Arbeiter da, nicht als Familienangehörige. Nee, nee, nee. Hast du auch alleine essen müssen, ne? Die haben auch schön getafelt in der schönen Küche und du musstest dann in so einem Kabuf essen. So was weiter. Das ist Vermittlung von Fürsten, das nennt man dann Arbeitstherapie.